Okay, gut. Wir sind in einem Tunnel. Uns kann nichts passieren. Hier sind wir erstmal safe. Wie lange? Keine Ahnung. Wenn ich denn nicht die Bückentaste drücke. Ewigkeiten. Wir sind wieder in einem Kühlhaus. Warum bin ich denn mit der Maus außerhalb des Spiels? Nein! So. Nichts passiert. Da brauchen wir einen Schlüssel wieder für. Nichts gesehen. Nein! Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst nichts. Du siehst nicht meinen Hintern, der daraus hängt. Meine Nase läuft. Geh mal weg! Wo gut, dachtest du das schöne Fleisch da? So, jetzt bin ich wieder Rudolf. Genau, geh mal aus dem... Gesundheit! Bild raus. Was war das gerade? Ich hab die falsche Taste gedrückt. Guckst du in meine Richtung? Dann würde ich nämlich jetzt... Und tschüss! Mach schneller! Mach schneller! Mach schneller! Mach schneller! Ich drück immer die falsche Taste. Und tschüss! Mach schön mit dir! Gesundheit! Meine Maus ist schon wieder außerhalb des Spiels. Was ist denn heute los? Genau, lass deine Wut mal daran aus. Möchtet jemand ein Stück Käse? Möchtet jemand ein Stück Käse? Ach du Scheiße! Kannst du mal abhauen, bitte? Nein! Was machst du mit mir jetzt? Nein! Eine neue Errungenschaft! Ich weiß ja nicht, wie sie heißt, was sie bewegt, aber egal. Gehst du bitte da rum. Danke schön! Nein! okay. Ja, weglaufen schnell genug kann ich auch nicht, gut zu wissen. Scheiße. Ah, wir kriegen das hin. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir kriegen das hin. Hat alles mit dem richtigen Timing zu tun. Das ist so ekelig. Ich hoffe, das ist eine Maske. Dreh dich mal bitte wieder um. Hier steht keiner. Hallo? Dreh dich um. Okay, es ist wirklich eine Maske. Muss ich mich jetzt echt töten lassen? Dreh dich doch bitte mal um. Nur weil ich den Hocker nicht erwischt habe, das geht nicht. Guten Abend. Ja, heute gibt es lecker Fleisch. Ich komme einfach nicht an diesem doofen Metzger vorbei. Da ist noch eine Klappe, sehe ich gerade. Wo führt die hin? Ah. Auf die Gefahr hin, dass ich erwischt werde. Ja, komm, komm, putt, 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 putt. Ja. Vielen Dank. Ist egal. Dann ist klar, warum ich das nicht hinkriege, wenn ich eigentlich erst nach hinten soll. Wahrscheinlich. Heute Abend gibt es lecker Fleisch, Andi. Was hast du? Fleisch, Andi. Nein. Nein. Ich sollte vielleicht da mal ein Komma setzen. Fleisch, Andi. Was hättest du denn heute gerne? Hackbrasen? Falscher Hase? Schneeposer. Was ist das? Hilf mir mal eben weiter. Was ist das? Was ist das? Hm. Lauf! Oh, lauf! Nimm den Schlüssel mit! Oh, Mann! Schnitzel, Pommes, Salat. Hätte ich mir auch denken können. Warum? Habe ich da nicht dran gedacht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin hier nicht drunter. Ist da eine Klappe? Nein. Es darf auch gerne weder speichern jetzt. Muss ich hin? Muss ich ihm wirklich durch die Tür folgen? Ne, kriege ich nicht hin. Hm. Durch die Klappe da? Wenn ich sie dann aufkriege. Ich kriege sie auf. Gut. Nein, du darfst ausnahmsweise mal da drauf nicht da rein. Und wo landen. Ja, ein Speicher. Beim Müllschlucker oder so. Kleine Taschenlampe brennen. Kann ich den Pümpel nehmen? Ich habe eine Waffe und ich werde sie benutzen. Bett nicht muss da auch gleich hoch. Oder da. Ich habe keinen Schimmer. Alles lief bisher nach rechts. Warum sollte es dann nicht jetzt auch so sein? Ja. Okay. Okay. Er ist beim Spülen. Und er hat einen Kameraden. Auch toll. Euer Schnitzelpommes-Salat, abgesehen vom Schnitzel, weil ich kein Schnitzel mag, wäre auch was. Was soll ich jetzt machen? Das Ende im Gelände. Schade. Muss ich denen wieder irgendwas klauen? Aber ich weiß nicht wie. Ha. Du darfst doch gerne hoch. Ach, da ist ein... Ach, da ist ein Gitter drauf. Sehe ich jetzt erst. Hier auch? Nein, hier nicht. So. Off, dass wir elendig scheitern. Du darfst gerne da hoch. Ich bin nicht da. Geh mal weg. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin auf den Scherben gelaufen. Ich bin nicht da. Geh mal weg. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ja, keiner da. Ja, du warst das, du Idiot. Jetzt lass das. So, wo sind sie? Ihr kommt doch nicht wieder. Und jetzt? Hast du mich gesehen? Ich bin nicht da. 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 Ich bin hier nicht. Ja, Gesundheit. So, nun? Ich muss wahrscheinlich auf einen hohen Bereich. Auf das Besteck. Nein, es ist Geschirr. Richtig? Verpiss dich mal da hinten, ja? Gehst du auch mal weg? Oder bist du jetzt dauerhaft am Spülen? Okay, wir warten noch, bis der weg ist. Sie machen das nacheinander. Doof. Fuck. Drehst du dich jetzt um? Ja, natürlich. Du drehst dich nicht um. Du drehst dich nicht um. Ja. Komm schnell, 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 komm schnell. Nein, 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 toll, nein, ja, lass den Scheiß, das will ich, lässt tausend Mal, wie ist das denn los, ich lasse nicht mehr los, ich lasse nicht mehr los, ihr könnt mich mal, Tschüss, ja, ich bin hier oben, und was wollt ihr dagegen tun? Jetzt hat er mich, fuck, ich bin in seine Arme gesprungen, scheiße, was darf ich jetzt nochmal neu machen? Oh, nee, erst mal richtig rennen lernen, scheiße, ja, komm, nimm mich zum Frühstück, meinetwegen, ist mir doch egal Nein, gegen das Tischbein, fuck, fuck Tischbeine sind schön Ja Nein, und Tschüss Ich hätte es abwarten sollen Pardon Lauf Lauf doch, hallo, ich habe, ich drücke das Shift Ich habe das Shift gedrückt und diese Sau krabbelt die ganze Zeit noch Renn Ja, komm, schmeißt Sachen nach mir Und Tschüss Tschüss, ihr könnt mich mal Auf Wiedersehen Ja, ihr schmeißt so viele Flaschen nach mir, wie ihr wollt Ihr kriegt mich eh nicht Es hat gespeichert, yes Und nun? Wir haben den Koch besiegt Nein, nicht ganz, aber wir sind ihm zumindest entkommen Das gefällt mir nicht, die Kameraeinstellung kommt jetzt gleich her Oh, eine Mini-Leiter, das ist ja süß Wenn man sie denn trifft Wenn man sie denn trifft Wenn man sie denn trifft Ja, wenn Horror zum Rage-Game wird Kennen wir ja oft genug Ja Jetzt verschwinden meine Gott, ist das hell Ich höre gerade nichts an Where are we now? Muss das Das nicht machen Ich wollte meinen Freischwimmer nicht machen Ich höre gerade nichts an